Das hier ist die Unterwasserwelt im Legoland und hier tummeln sich rund 2000 Fische im kühlen Nass. Und um Nasses geht's auch bei unseren Gewinnspielen. Gewinnen könnt ihr nämlich diesmal drei Kaffeebecher von der Firma Brugo. Und das Besondere an diesen Kaffeebechern ist, dass sie einen eingebauten Zwischenspeicher haben. Und dieser Zwischenspeicher, der kühlt jeden Schluck auf die richtige Trinktemperatur herunter. Dafür müsst ihr uns natürlich wie immer eine Frage beantworten. Diesmal, wie viele Legosteine sind insgesamt im Legoland Günzburg verbaut? Die richtige Antwort tragt sie auf unserer TechTV-Gewinnspielseite ein. Und mit ein bisschen Glück, da könnt ihr dann diesen Kaffeebecher gewinnen, mit dem ihr euch nie wieder den Mund verbrennt. Wir sehen uns hier wieder ab dem 5. September und bis dahin viel Spaß in der Welt der Technik. Macht's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017